so ich muss auch so langsam mal wieder zum spawnen die zwei wolle die ich noch im inventar habe aber eigentlich könnte ich die ja wegschmeißen hier einbudden weil die sind ja zu viel ja ich würde sagen dann einfach verbrennen oder so ich schmeiße hier ein loch ja oder so da auch machen und setzen erdblock drüber so habe ich da nicht gerade eine kuh außerhalb des nein ich dachte mir doch ich hör doch da was muh und dann ist er außerhalb bei mir und wasser letztes mal auch nur wir haben halt das zuckerrohr gesucht das war auch außerhalb da muss auch ein bisschen geärgert aber kann halt nichts machen passiert 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 und mit leben so ich glaube dass wir keine ahnung ob das noch was wird also ich suche weiter koste es was es wolle ärgerlich wäre es nur denn ich habe alleine zehn strings dabei das ist dann schade aber die werden jetzt alle erst mal so die ersten zwei drei folgen hoffe ich mal noch im untergrund sein werden auch diamanten suchen wie die ja aber ich sehe schon ich habe da so und so und so einen diamanten trüffel schwein dabei so drei fleisch auf jeden fall schon mal müssen erst mal reiche und weiter geht's essen haben wir jetzt wieder ein bisschen was ich hätte lila wolle gefunden ja darf man nicht abbauen ich weiß ich weiß markiere das irgendwie merke das irgendwie auf jeden fall gut dann direkt neben würden aua so ledermaus richtig lol was blain bei is it not up jetzt schon lol ok es geht los anscheinend ja ja ich sollte ich brauche doch nur noch leser dann könnte ich zu dir oder warte mal ist überhaupt schon die starken witches sehr stark nur ein bisschen der mensch machen die schon also ohne rüstung ich habe full rüstung ich schreibe mir hier die koordinaten auf als sterben sollte ich werde jetzt betteln wird futtern auf der suche nach einer kuh ich weiß nur dass die tränke wirft die können ein bisschen nervig sein ja außerhalb der kuppel auch wieder ein pferd wobei ich mir echt überlegt so langsam wirklich mal zu uns zu gehen alleine wegen der goldenen pferderüstung eine kuh nice aber kein leder nein war es nicht mal so dass da wo eine kuh ist vielleicht auch noch mehr sind ja nähe schon ich werde nur ein schaf doch da ist noch eine kuh auf dem baum aber die wird mir trotzdem nicht drei leder auf einmal geben fast gestorben also ein leder hätte ich schon mal dass das reicht nicht na doch im moment das waren drei papier ein leder kann sein ich probiere das mal eben kurz ich habe ein crafting table dabei also wenn es echt so ist dann haben wir jackpot so zack erst mal papier machen nur drei papier und ein leder ich habe ein buch heißt gut dann jetzt muss ich nur noch zu uns finden ja ich muss gerade selber erst mal wieder zurückfinden ich habe noch eine kuh ich nehme die mal verdichtshalber mit am besten folge ich einfach mal so aber ich bin schon mal im richtigen biom hoffe ich mal ich bin halt richtig im verzwickten höllensystem ich muss das immer mal schauen kommen bin auch wenn ich immer mehr gänge finde wo diamanten sein könnten was immer wieder runter geht also eine verlockung so nee nee wir sind zu hoch wenn ich jetzt halt viel zu hoch für diamanten wo ungefähr der spawn ist ne so ich hätte mir gerade eben die koordinaten aufschreiben sollen ja das denke ich mir auch ne weil ich jetzt halt nicht dahin finde von wo ich gekommen bin obwohl hier ist ein skellert lassen wir mal in ruhe wo ist der spawn ich will nach hause was heißt nach hause ich will in die base will auch in die base ich muss die base gerade erst mal wieder selber finden aha ich sehe den spawn auf dem richtigen weg so hier haben wir hier schon mal nicht aber hier kann ich mich gerade noch daran erinnern hier war ich gerade wieder nach hier bin den weg schon zurück gut dann nach hier das sieht doch schon mal ordnung aus was hat der was hatte für staff eisenrüstung wo genau bist du na ich versuche jetzt wieder hier zu unserer base zu kommen aber ich war gerade im spawn drin von daher er hat mich nicht angegriffen sehr feiner zug von ihm ja du hast auch noch gar nichts ne ich habe noch nix ja dann so da ist unsere schafherde oh ich finde ich finde nach hause glaube ich finde gerade auch nach hause hoffe ich verfolgen tut niemand nein ich komme dann am besten da runter wo du auch runter bist ne ja ich schreibe jetzt mal eben die koordinaten auf kannst du direkt mitschreiben minus 317 ist x ich möchte jetzt erst mal die höhle bevor mich hier irgendjemand von hinten erschlägt ich frage dich dann einfach später noch mal weil ich habe so viel stuff dabei wenn ich jetzt das buch verliere ja dann wäre alles umsonst so einmal hier lang hier alles schön dunkel lassen base haben wir bitte hier äh ich habe jetzt aufgeschrieben wo wir die base haben ok so ich bin jetzt bei unserem kleinen wasserfall ok äh wie hast du dich da nach unten gebaut äh ich bin einfach gelaufen die ganze zeit gelaufen kann man das ach da ne ja ich bin mal so schrittweise aber so ich mache schon mal rüstung für dich hast du da unten die lava gesetzt äh ne die war da schon oh äh ich habe doch einen eimer dabei aber die komme ich nicht ran so du bist wahrscheinlich da mit dem cobblestone runter ne ja also immer tiefer ähm wie meinst du das ja nein du warst das ich habe dich gehört puh ich weiß aber wo mein zeug liegt ok gut ich habe dich auf jeden Fall schon gehört so weit war das nicht wegschaprieren normalerweise ist ja mein stuff der geht ja nicht mit dem creeper kaputt ne 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 gut sollte nicht boah gott bin ich bin ich ey ich sterbe im moment nur durch monster ne mhm aber besser ist wenn ein spieler dich tötet ja das schon aber trotzdem ne ich leg mal eine wolle von uns äh die ich dabei hatte in unsere truhe rein jup so aber dabei hast du schon noch eine oder ja ja dabei habe ich noch eine ach stimmt du hattest ja noch zwei ne ja ich hatte dafür keine mehr ja dann ist das deine hier die kannst du ja gleich nehmen genau weil ich habe ja zwei verbuddelt ne und zwei gesetzt so dann nimmst du dir gleich einfach die hier dann haben wir das hier ja auf ein neues boah gott ich brauche Rüstung ja Skelett schieß mich tot das ist aber auch das Problem jetzt in der Höhle ne ohne irgendwas ja einfach ich würde einfach durchlaufen hm du sagst das so leicht jetzt mit drei Herzen da runter kommen ich hoffe mal das klappt ohne zu sterben sollte klappen so so einmal hier hin einmal hier hin da kriege ich jetzt wieder Schaden einmal hier oh einmal hier hier dreieinhalb Herzen noch so Stuff einsammeln ist das schon wieder ein Monster? so ich hoffe ich habe alles oh Inventar ist wieder voll äh Schwert so äh wo muss ich ihn jetzt hin? ähm Koordinaten sind x minus 317 minus 317 ja da müsste ich in die Richtung y ist höher 12 und äh das andere ist 281 minus ok ah ich sehe deinen Namen ok gut oder ich hatte ihn gerade gesehen wieder dahin wo ich gerade eben war so und ich höre schon wieder Zombies der werden mich jetzt wieder slayen ne 100% hintermach kloppt du gerade auf den Zombie ein? ja ich auch so wo habe ich ihn jetzt? ach ja ich habe dich gehört du bist über mir ne ja du bist Höhe 12 ich muss noch ein Stückchen runter ja gut 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 das ist Lava ja ah ok hier 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 in der Truhe sind deine Sachen drin hier ist dein Diamond Sword boah Gott ok ich packe erstmal den Sattel rein das Buch rein wir müssen uns irgendwo noch äh hier einen Tunnel reingraben und den dann hinter uns zu machen weil weißt du wir sind hier doch ziemlich offen ja das mache ich noch äh ich brauche unbedingt hast du noch was zu essen? kurz ähm irgendwo in der Truhe ist vielleicht ne jetzt habe ich hier ich habe das vor mir geworfen ich schmeiße auch mal gleich noch was rein ich muss unbedingt wieder voll werden mal überlegen hol mal den Diamanten bitte raus und wirf ihn mal zu mir hin in der Truhe ist ein Diamant drinne so wirf ihn mal direkt zu mir danke wie baut man das nochmal genau weißt du das? ähm die ganz untere Reihe die unteren drei äh Obsidian ganz in der Mitte Obsidian ähm rechts und links Mitte ein Dia und oben drauf in der Mitte das Buch ach zwei Dias brauchen wir ja aber dann müssen wir nochmal ein Dia suchen gehen äh ich muss mir jetzt erstmal Rüstung anziehen ich gehe schon mal einen Diamanten suchen ja ich würde eh sagen ich baue uns jetzt eventuell irgendwie einen Tunnel oder so dass wir mal unseren guten Stuff hier lagern ja eigentlich könnte ich doch gleich lass mal gucken ich brenn ich brenne mal hier das restliche Eisen und ja gut ähm ich gehe mal gleich hier rein ne ach ich brauche erst noch eine Eisenspitzhacke ja ich gehe äh Diamanten suchen bis zum Stripmine ja das äh ja das äh möchte ich ja auch weißt du so eine kleine Base machen ja äh und von da aus dann die Stripmine Minen machen jetzt kommt schon wieder ein Zombie wieder das Paranoide umgucken nach nach Gegnern nach Namen das kennen wir ja alle schon so einen Diamanten brauchen wir noch den finden wir bestimmt noch hatte ich nicht mal noch Sticks na egal so man sollte das Ding auch craften oh man oh man oh man ich sag wenn du einen Diamant findest dann ist perfekt hier vielleicht irgendwo nö keine Diamantos äh fucking so äh das bist du ne David ja das bin ich so was wir gleich noch brauchen ist Cobblestone das wir hinter uns zu machen können da eben oh mein Gott ich bin disconnected weitermachen